Ich begrüsse euch in der Singularität von Mittarrel. Und wir sind in dem Konkra-Feld und müssen 10 Techi-Schiffe zerstören. So einige, zwei, drei, vier, nein, warte, 30, aber das ist viel. Es ist gut in der Musik, ein bisschen netter hört man im Hintergrund. Jetzt gehen wir zum nächsten Kapitel. Zwei von 30 hat man schon. Ja, die anderen sind schneller, die brauchen gar keine Hilfe. Wir gehen zum nächsten über. Sonst kam ich hier nie auf einen grünen Zweig. Mal sehen, wie es hier kriegen läuft. Schöne Musik im Hintergrund. Ich feld mir sehr. Ja, wenn man alleine kämpft, machen wir am meisten. Ich feld mir sehr gut. Ach, man muss die Asteroiden aus dem Weg rein. Ja sowas. Das probieren wir hier gleich mal. Einen haben wir. Drehen wir kurz um. Okay, das war nicht so gut. Okay, das war nicht so gut. Also mit vollem Impuls geht das schon mal gar nicht. Das war nicht so gut. Es war nicht so gut. Ich feld mir sehr gut. Ich feld mir an. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ja, den haben wir auch und fertig. Nein, noch nicht fertig. Noch neun Schiffe müssen wir hinkriegen und wir haben viele Asteroiden hier drin. Das ist alles gar nicht so gut. Gehen wir mal in die Nähe und schauen, ob wir die hier rauskriegen. Nein, kriegen wir nicht. Hier kommen schon die nächsten Störer. Ich krieg die nicht mal mit dem halben Impuls hin. Okay, nochmal. Diesmal mit dem Viertel Impuls. Schleichen wir da raus. Geht auch nicht. Egal, wir müssen sowieso nur die Gegner rein eliminieren. Hier kann ich auch andere spielen. Das ist schlecht. Geht auch nicht. Geht auch nicht. Geht auch nicht. Nein, wir holen uns. Noch einen müssen wir erledigen, wenn es geht ohne Hilfe. Nein, ist er schon. Okay, erste Aufgabe erfüllt. Und wir machen einen Schnitt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.